Herzlich Willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gostens der Dachs heute am Dienstag, dem 14. April 2020. Gute Vorgaben von der Wall Street verhalfen dem Dachs heute, ja im späteren Wochenauftakt oder verspäteten Wochenauftakt nach den Ostertagen positiv in die neue Börsenwoche zu starten. Ein Kursplus von 1,25 Prozent kam hierbei zustande. In der Spitze notierte der Dachs dann doch schon ein wenig höher, nämlich um genau zu sein bei 10.820 Punkten. Das heißt, wir sahen dann doch schon erste leichte Gewinnmitnahmen, welche natürlich auch auf dem sehr dynamischen Kursanstieg der vergangenen Wochen nun hier zurückzuführen sein dürften. Gerade die Wall Street läuft sogar ein Stück weiter voraus. Also hier schon dem Dachs, der noch immer um die 50 Prozent Erholung aktuell zu kämpfen hat, ist hingegen die Wall Street schon darüber hinaus in Teilen. Das ist natürlich mit ein wenig Skepsis nun zu begutachten. Vielleicht ist der Dachs schon eben jetzt dabei, seine Top-Bildung hier in dieser Woche zu vollziehen, um dann wieder eine entsprechende Kurskonsolidierung einzuleiten. Erster Schritt wäre hierbei ein erster Rücksetzer in die Region von 10.275 Punkte als erste kurzfristige Konsolidierungsmaßnahme mit natürlich Begutachtung auf die relativ starke Aufwärtsbewegung, die wir jetzt hier in den vergangenen Wochen gesehen haben. Wo sich noch immer die Frage stellt, ist das jetzt die Bärenmarktrallye oder die wirklich große Trendwende? Auch hier denke ich eher, es handelt sich noch immer um eine sogenannte Bärenmarktrallye. Bärenmarktrallye, ja oder nein, bei Daimler, das scheint hier dann doch mit Blick auf den Chart relativ offensichtlich zu sein. Denn man sieht natürlich, dass die Daimler-Aktie heute beispielsweise schon wieder unter Druck geraten ist. Ein Kursrückgang von 1,47 Prozent. Die Aktie schafft es nicht einmal, die 38-Tage-Linie hier aus dem Weg zu räumen. Darüber notiert noch ein weiterer Kurswiderstand in den Bereich von knapp 32 Euro. Das sieht für Daimler, muss man sagen, weiterhin wirklich schwierig aus, alleine schon die Marke von 32 Euro aus dem Weg zu räumen. Auch hier, muss man sagen, sieht es wohl eher danach aus, als würde eine Daimler-Aktie nochmals in den kommenden Wochen gerade auch den Weg nach unten hier aufsuchen. Außer eben, es gelingt der Ausbruch über 32 Euro. Aber genau hier sehe ich derzeit dann doch eher die Wahrscheinlichkeit als sehr geringer. In diesem Sinne, es bleibt spannend, damit mit Sicherheit noch eine spannende Börsenwoche. Denn wir werden sehen, sehen wir in eben in dieser Woche nun einen sogenannten Verlaufshochpunkt an den internationalen Aktienmärkten. Oder geht die Rallye vielleicht sogar noch weiter? Dazu dann mehr hier jeweils morgens und abends von mir in John Gossens Daily Ducks. Dementsprechend freue ich mich, wenn Sie morgen früh wieder einschalten.